Jose Mourinho träumt angeblich von Kingsley Coman. Jose Mourinho soll davon träumen, den Flügelspüle des FC Bayern zu seinem neuen Verein Fenerbahce zu holen. Bei Kingsley Coman ist derzeit einiges los. Seitdem bekannt wurde, dass Jose Mourinho als neuer Trainer von Fenerbahce in Betracht gezogen wird, gibt es Spekulationen über einen möglichen neuen Trainer. Einige lächerliche Spekulationen. Fenerbahce träumt Mourinho davon, Kingsley Coman zu verpflichten. Er ist einer meiner Traumspieler in diesem Sommer. Fenerbahce hat sich bereits nach dem 28-Jährigen erkundigt, der den FC Bayern verlassen will. Wo sein Vertrag bis 2027 läuft, soll Coman eine neue Herausforderung suchen und in den kommenden Wochen einen Wechsel zum Verein ins Auge fassen. Der französische Nationalspieler schnürt seit neun Jahren seine Fußballschuhe für den FC Bayern. Mourinho baut sich wohl eine Coman-Luftburg auf. Wechsel ans Mama Amir scheint weniger realistisch, da es für den EM-Anwärter möglicherweise attraktivere sportliche Möglichkeiten gibt. Wir sehen uns beim nächsten Mal.